Alles klar, Erik, beginnen sie die Tätigkeit. Hallo und herzlich willkommen zurück beim HW zum SQ. Heute wieder eine kleine Runde Golf-Hit, weil wir nicht wussten, was wir so spielen sollen. Anni, wir wollten eigentlich was anderes spielen, aber das ging nicht, weil dieses Spiel genau jetzt im Wartungsmodus ist. Ja, ich verstehe es nicht. Gerade, dass wir eingeloggt haben. Ja, wir haben eingeloggt und wurden sofort ausgeschmissen im Wartungsmodus. Mach das ja aber aus, Jungs, schnell! Ja, scheiße. Und deswegen jetzt wieder eine schöne Runde Golf-Hit. Jawohl. Der Curry gewinnt, der übt jeden Abend. Ja, genau. Er sucht doch immer nur Maps raus, die er schon kann. Stimmt, der Curry hat ein neues Maps rausgesucht. Alter, ich brauche ein neues T-Shirt, wo ich einfach draufschreibe, ich übe jeden Abend. Egal, worum es geht. Ohne Zusammenhang ist das T-Shirt echt geil. Eben, das ist es ja. Wir brauchen einen neuen Merch. Kennt ihr dieses T-Shirt für Männer, wo unten drauf so ein Pimmel abgebildet ist? Das T-Shirt, dass man sich eine Hose steckt, dann sieht es so aus, als ob es in der Pimmel oben rauskommt. Alles klar. Bei mir ist das gar kein Aufdruck. Nee, das klingt immer so. Guck mal! Ah, schönes T-Shirt, dann kommen sie näher, oh. 3D-T-Shirt so. Ja, Inception-Map heute. Ja, geil. Geil. 15 Stops, close the music on, alles klar. Music is on, Inception ist am Start, wir werden alle gestriked, scheißegal. Curry? Was? Ei Ei Muchacho wieder. Was? Oh Gott, fuck, ich habe mir den Hut gar nicht aufgesetzt. Nein. Oh mein Gott. Eigentlich müsste ich mir den aufsetzen, ich musste mir aufsetzen, Leute. Ja, ja. Warte, ich war da ganz schnell. Hä? Ähm, das ist ein Ernst, Curry? Alter, Tobi, du musst es verstehen. Ja, das ist schon wichtig, ich verstehe das. Das geht nicht anders, Alter. Ich muss doch den Hut aufsetzen, bist du fertig oder was? Warum haben eigentlich alle ihre Einstellung verloren, wie sie aussehen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ich dachte, bei mir wäre es wegen Neuinstallation gewesen, aber auch. Ja gut, ich hatte es auch neu installiert, ne? Habt ihr gesehen, es gab ja auch Skins, ne? Ja, aber ich habe noch keinen freigeschaltet. Ich auch nicht. So, ich bin wieder da. Aber Dalu-Card hat schon alle, wenn jemand sehen will. Ihr seid aber noch nicht in der Lobby, ne? Ja, kommt jetzt, wartet. Kenis. YouTuber-Sweat-Ring. Ah, die kenne ich auch noch. Warte, ach so. So, Inception. Host. Ja. Muss eben kurz laden, muss eben kurz laden und dann kommt sofort, wie ein Blitz, die Einladung rübergeschossen. Geil. Alles klar, Spaßtonne 12.05. Ich habe übrigens auch eine Map oder einen Kurs, die heißt Venus in Space. Okay. Da bin ich jetzt schon dafür. Ich glaube, damit sind nicht Würstchen gemeint, oder? Doch. Ja, ich weiß. Vielleicht. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wieso nennen die das? Es ist doch Golf, was, ich meine, hat die, hat die Map dann die Form eines Penises? Ich, ich fahr mich echt. Eines Wieners. Ich bin manchmal da auch von eines Wieners. Treffen mache ich an, Kollision, ne? Wollt ihr ja, ne? Also habt ihr ja Bock drauf. Ja, Kollision ist immer gut. Also du musst einfach. Alles klar. Aber springen nicht diesmal, ja? Oder, oder mit? Nee, springen ist immer gut, oder? Springen ist immer gut? Okay. Wie springen wir denn nochmal mit der... Mit Leertasse, glaube ich, ne? Was war denn Spring nochmal? Dass man hüpfen konnte, oder was? Genau, genau, genau. Hä? Da kann man eine geile Abkürzung nehmen, ich erinnere mich. Was soll das denn sonst sein, Tobi? Ja, weiß ich doch nicht, Curry. Quatsch, bin ich dumm voll. Alter, was bist du denn hier, Max Meiermann? Nee, geh doch nochmal kurz den Lobby auch zumachen, weil du irgendeine Einstellung vergessen hast. Arschloch. So. Jetzt, jetzt können wir. Inception. Oh, es geht los. Hey. Hey, wir rollen. Leute, wir rollen. Inception, der Stuhl fliegt. Ich mach mal gar nichts. Ich mach mal gar nichts. Ich mach auch nichts. Alter, lass es einfach wirken. Hey, was ist jetzt los? Hä? Hä? Also die Map hat eine sehr gute Bewertung, also... Ja? Das ist total gut. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen im Trauer. Oh, oh. Oh, oh. Eiei, und jetzt! Oh, Hollywood. Hey, was ist jetzt los? Hä? Mal laufen Credits, ernsthaft? Alter, Tavisku in Inception. Was? Christopher Nolan. Hä? Wir sind der Curry zuerst vorne. Guck mal, wie wir da rollen mit dem Sombrero und die Musik dabei, Alter. Inception. Wahnsinn. Und jetzt? Tschüss, Kiel. Viele Grüße. Ähm. What? Oh. What are you doing? I'm getting some fresh air. Müssen wir da rein schlagen? Ciao. Boah! Danke. Okay. Okay, jetzt sind wir auch im Kurs, oder was? Dankeschön. Ja, wir sind auch im Kurs. Ich muss meine Maus... Nein, Dingens. Keine Arme. Tobi, bist du da richtig? Weiß ich noch nicht. Scroll mal raus. Ja, doch, der ist da richtig. Ja, ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch ein Loch. Boom. Ah. Ja, geil. Auf geht's. Tobi, ist alles nur ein Traum. Ist gar nicht echt. Hä? Curry, wo bist du denn? Ich bin ins andere Loch. Yeah. Ach, danke von mir. Ich bin total verwirrt. Curry wieder ins andere Loch. Alles klar. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Was soll das? Pain ist in the mind. Das ist aber nicht so glücklich da mit so einem Trailer, ne? Alles klar, ciao. Au rein. Tschüss. Okay. Was zum Teufel geht hier ab, Mann? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Boah, weißt du... Was liegt denn da oben? Hä, Pan, was machst du denn da hinten? Ey, das ist doch fein. Ich weiß nicht. Nein. Oh, das war zu hart. Ich hätte ganz soft sein sollen. Ganz soft. Ja, mit Gefühl. Ich brauche erst mal wieder Gefühl fürs Spiel. Lass dir die Träume auf dich wirken. Voll die ewige Fliege. Wie viele Schläge hat man noch mal? 15. Ich habe diesmal 15 eingestellt. Ey, Curry geil. Ja, ich habe an Tobi gedacht, weißt du, dann ist es besser. Oh, oh, oh. Ist echt schlacht. Solki, Alter. Ich werde jetzt freuen. Ich muss wieder üben ein bisschen. Oh, was ist das denn jetzt? Wake him up. Okay, sei wach. Ja, ja. Hey, ich fahre wieder runter. Wo muss ich heben? Ich glaube, ich mache das doch einfach nicht. Was ist das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Wo ist denn das Lauf? Bin ich jetzt? No Waits. Warte mal. Hä? Ah, hinter dem No Waits Schild. Hä? Ach so, wir müssen da durch den Wasserfall, Leute. Nee, da kommt man nicht durch. Doch, doch. Oder wie? Hä? Oder müssen wir einfach geradeaus? Hä? So müssen... Willst du mich verarschen? Wie? Hä? Oder müssen wir einfach durch die Wand? Nein. Hä? Ich dachte, die Wand wäre nur ein Traum. Ja, hinter der Holzhütte. Innen drin. Ah, scheiße. Ach so, ihr müsst auf der Bahn halt bleiben. Ihr müsst gar nicht so hart schlagen. Ihr müsst einfach nur durchrollen. Das ist voll easy. Hä? Ich werde immer resetet. Ich sehe es zwar, wo es weitergeht, aber ich werde resetet. Ja, du musst auf der Bahn bleiben. Du darfst, glaube ich, nicht fliegen. Tobi, wach auf. Es funktioniert nicht. Erik, nein. Hasse, wir glauben an dich. Erik, es ist ein Traum. Du kannst fliegen. Ich wollte gerade vorhin den Aggro-Move machen. Scheiße, ja. Warum bist du denn auch grün? Was für ein Nachmacher, ey. Ich wollte ein eigener Style. Bei mir bist du auch gelb. Don't copy my style. Ja, echt, bitch. Hä? Was ist jetzt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich lande immer da oben, man. Mit seinem komischen Skull da oben drauf. Warum schlägst du das? Das gibt es nicht. Ich mache voll sanft. Ich bin voll der sanfte Riese. Du bist ja noch sanfter jetzt. Was? Hui. Geil, ey. Boah, super, super. Oh nein, jetzt sehe ich aber nicht, wo ich hinschlagen. Jetzt. Okay. Du kannst alles schaffen. Jetzt habe ich lauter traurige Smileys. Give him the kick. Die ganze Zeit schon jetzt? Jetzt habe ich Glück. Super. Super, einfach ein Traum. So, ja, es ist ja... Kick him. Alles klar, ciao. Ei, ei. Pfff. 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 Tobi, pass auf, der Stuhl fliegt. Aua. Ich glaube, da, wo der Stuhl... Ich glaube, da, wo der Stuhl... Wow, Alter. Hä? Wow. Scheiße. Hä, muss man da drüber springen, oder was? Oh, fuck. Ähm. Was denn? Glaube, ja. Kann man ins Wasser rein? Wuh! Ich mach den Schubs nicht mal bitte runter. Oh. Ähm. Ähm. Ich bin gerade in der Uhr gewesen. Danke, Pan. Hä? Komm, ich auch. Was zum Teufel? Juhu! Hey. Ähm. 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 Ihr müsst übers Wasser springen, Leute. Hier. Habe ich euch jedes was, oder was? Kommt höher, kommt höher. Alles klar, Tobi. Gut gemacht, gute Leistung. Hä? Oh, was? Was? Pan! Hä, Tobi? Was machst du denn? Pan hat gecheatet. Ich hab's gesehen. Nein, ich bin verdrückt. Oh. Hä? Warum tue ich das? Was denn? Hey, Tobi ist richtig gefühlvoll. Ich hab einfach kein Gefühl mehr von dem Ball. Hä? Was ist denn mit dem? Was? Alter, in euer Gesicht. Willst du mich verarsten, Tobi? Hey, Tobi, du hast ein Kackehaufen auf dem Kopf. Ja, was hat er denn da gerade auf dem Kopf? Das ist ein Ball. Schlachterball. Aber wo ist dein Kackehaufen, Tobi? Der Kackehaufen, der ist, äh, weiß ich nicht. Ich finde es schade, dass du einfach dein Outfit... Hattest ich ein? Ja. Ja. Okay. Du solltest immer einen Kackehaufen auf dem Kopf. Warum? Oh, das war nicht so gut. Wow. Was? Boah, was? Was ist das denn für eine eklige Kurve? Hä, wo bin ich denn jetzt? Achso. Das ist voll böse, Mann. Kurven. Oh, Mann, was? Hey, leck mich. So, lass den. Schasse, Golf und Brettspiele. Ups. Autsch. Hi, Pan, was geht ab? Danke, Erik. Oh nein. Tobi, Schnauze. Ha, ha. Ha, ha, Tobi. Ha, ha. Waaah. Guck dir an, wo man bist. Boah, Pan, wir sind voll gut. Warte mal, ich hau dich rein. Boah, wir stehen hier, wir stehen hier aber nicht gut. Ich muss schnell da rein. Okay, ich komm mit. Hää. Nein, Kobi. Nein. Halt mich. Halt mich fest. Komm jetzt, ich hab ein Seil. Hey. Tobi rollt einfach durchs Bild. Tobi rollt einfach durchs Bild. Aber die ist echt gut gemacht, die Map. Höh. Jawoll. Tobi, komm rein. Los, Tobi, gib alles. Jetzt. Mit einem gepflegten Schlacht. Komm, richtig drauf. Zeig, was du Mann bist. Alles klar. Wieso? Der ist dein Mann, der ist dein Mann. Ey, das hat er doch voll extra gemacht. Ja, geil. Mit dem Feuer da hinten. Geil. Wettbewerbsverzerrung, Kovac. Danke, dass du dir was zeigst, Tobi. Wow, super. Nice. Super. In den Träumen kannst du alles schaffen, Tobi. If we are gonna perform Inception, then we need imagination. Alles klar. Woo. Hä? Was? Boah, Alter, was? Wir müssen da die Wand hoch. Was? Äh, was? Warte mal, sollen wir da echt hoch? Okay, Mann, komm. Wow. Was? Was? Was hast du gemacht? Alter, wie geil. Äh, Entschuldigung, Kovac. Tobi, krass. Äh, Alter, hä? Oh, wie geil ist das denn? Alter, wie geil. Wie geil ist das denn gemacht? Das muss irgendwie komplett verdreht sein, dass wir denken, es sei irgendwie oben, oder? Ja. Alter, wie geil. Cool. Das, dass die Welt sich so dreht, das ist halt mega geil. Ich brauche noch ein bisschen. Der rollt die Map hoch. Ich roll hier die ganze Zeit früh durch die Gegend. Der klettert. La, la, la. Darf ich wieder? Darf ich wieder? Guck mal, wie einfach das eigentlich gemacht ist. Der hat einfach nur die Kamera gedreht, ne? Ja. Aber voll geil. Das ist mega geil. Es ist Inception. Er hat's fast geschafft. Wahnsinn. 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 Ah. Was? You must design the Matrix. Achso. Mist. Boah, Alter, Tobi. Tobi, hey. Juhu. Ist das richtig hier? Nein. Alter, guck mal, die Gebäude da vorne bewegen sich. Hast du gesehen, Tobi? Okay, das ist jetzt aber echt ein Problem. Echt bewegt sich. Ja, das ist, Tobi, das hast du jetzt ein Problem, ne? Hä? Das ist echt scheiße jetzt. Warte mal. Wo bin ich denn jetzt hier? So mache ich das. Bin ich hier falsch? Nein. Äh. Äh, wie soll ich jetzt da hochkommen? What? Wie soll ich da hochkommen? Ihr müsst euch resetten lassen, das geht nicht anders. Aber wie, wie, was muss ich... Ja, mit R, mit R. Mit R. Warte mal, wie, was meint ihr mit hochkommen? Wo seid ihr? Ja, da bei dieser Treppe, da, da, du musst halt da gerade auch weiter eingekommen. Wie, hä? Hä, Pan, wie bist du da hinten hingekommen? Hä, ganz... Bist du einfach gerollt? Ich hab mich hier jetzt einfach hochgeschossen, wo der Erik ist. Äh, bei mir bist du... Äh. Was, Tobi? Wo ging das denn hin? Hä, ich verstehe nicht, da, da vorne ist doch das Loch. Loll, was, die Treppe ist gar nicht da, wenn man, wenn man schnelles Tempo hat. Nice. Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Erik, du musst resetten, die Treppe ist gar nicht da. Die geht einfach weg. Es ist alles nur eine Illusion. Bei mir ist sie immer da. Nein, nein, du musst... Du darfst nicht jumpen, Erik, sonst ist die Treppe... Sonst ist die Treppe da noch da. Hä, wie? Du musst... Du war normal fahren, du musst die normal fahren. Ich darf hier nicht springen, oder was? Ja, einfach nicht springen, einfach volle Pulle, dann schlagen gleich. Vertrau mir. Ich bin Leonardo Di Curio. Was? Ja, das... Was ist denn mit den Jungen heute wieder? Siehst du? Es ist weg. Warum ist das jetzt noch mal her? Ich schalte mir Leonardo Di Curio. Leonardo? Was ist das für Magie? Wir sind in einer Inception. Wow, wuuu. Es ist alles nur ein Traum, aber vielleicht auch nicht. Oh, da vorne schwimmt Kate Winslet. Oh, wie gemein. Ist da noch ein... Oh... Halt durch. Jawohl, geil. So, Alter. Das war ja komisch. Alter, wie geil, aber die... Was denn jetzt? Oh mein Gott. You're waiting for a train. Oh, ich warte auch gerade auf den Zug. What? Krass, das Spiel weiß alles. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in einem Auto drin, Mann. Ich bin irgendwo hin. Er hat ja die Texte zu uns selber gemacht. Das ist ja süß. Alter. Was war das denn? Oh. Ich glaube, das Auto hat er selber gebaut. Wow. Komm mal, ist übers Auto später. Ja. Man darf hier, glaube ich, keine Abkürzung nehmen, oder? Ist, glaube ich, schwierig. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Tobi, lebst du eigentlich noch? Ja, ich bin noch hier. Oh Mann, ey. Ich spring mal dahin müssen. Nee. Ab übers Auto. Wuhu. Oh mein Gott, das ist ein bisschen zu weit. Okay, das geht nicht. Alter. Oh, das ist ein bisschen zu kurz. Hopp. Höh. Och, was ist das denn, Tobias? Ja, fahr ich mich auch. Mann, nee, das ist doch scheiße, ist das hier. Nein, was? Das war so knapp. Hallo. Ich komme auch. Komm schon. Ja. Nein. Tobi, du Wichser. Boah, mein Wichser. Das ist mein Traum. Geh weg. Oh nein, jetzt bin ich übers Auto. Oh mein Gott, Tobias. Wie kann ich denn so? Alter, ich bin halt so schlecht. Ich bin halt echt so schlecht. Nein. Ich auch. Oh, oh, der ist gut, der ist gut. Let's go. Ich bin ein bisschen hinaus. Ach, scheiße, Mann. Hey Pan, was geht ab? Muss man auf dem Auto landen oder muss man direkt rüber? Du musst da drüber, aber nicht zu weit, nicht zu weit. Ja genau, nicht zu weit, nicht zu viel. Komm, eben, du kannst es schaffen. Mit Gefühl, Erik. Glaub an die Kraft, deine Gedanke. Ja. Ah, nein. Hey, wo bist du? Doch, doch, doch. Ja. Oh mein Gott. Hey, Tobi. Hey? Cheat. Hey, Erik, was geht ab? Hä? Wieso fliege ich wieder zurück irgendwo hin? Hä? Was war das? Wie kann ich doch eigentlich Kamera weg? Was war das denn gerade? Das war die Kraft der Inception. Nee, ernsthaft, das ist ein Bug? Bei mir bist du aber auch auf die Kante gesprungen, ne? Bei mir war ich, bei mir habe ich Curry angeditscht. Ja, komm, dann schaffe ich die Runde nicht. Drei, zwei, eins. Das ist aber scheiße, ich war da, jeder hat es gesehen. Das war ein Bug. Hä, das ist ja komisch. Wie ärgerlich. Ich war gerade ganz unten, Hase. Oh geil, da guck mal, guck mal, da ist eine Kurve. Ja, ärgerlich. Alter, wer war das? Ähm. Komm zu mir. Warte, Tobi. Warte kurz. Hey, Tobi. Hey, Tobi. Was ist der Arsch noch? Wie bist du das gemacht, das hier mit den Autos, wie der sich das einfach ausgedacht hat? Ich bin super kreativ. Ja, das ist voll geil. Ja. Die Räder sind irgendwie so Schüsseln oder irgendwas, ne? Ja, ich finde das richtig schön. Ach, guck mal, das Auto geht auf. Das ist ja nicht wahr. Das ist unfassbar. Das ist ja besser als der richtige Film. Pan, komm mal rein hier. Jawohl, Pan. Gut gemacht. Boah, was? Nein, nicht Holy One, aber Pan. Hey, Curry, Mann. Hey, was? Ich hab' gar nichts gesehen. Da kann sich, da kann sich Rockstar Games mal noch was abgucken. Ich will mich auch ne Map machen, Mann. Mann, was ist das? Wieso bin ich jetzt da unten? Was ist das denn? Wir können ja mal ne Challenge machen, irgendwann, dass wir irgendwann jeder selber ne Map versuchen zu bauen und die dann alles spielen. Alles klar, Tobi hat kein Bock. Tobi ist da hinten einfach irgendwo im Schnee. Alter, Tobi, wo bist du? Hey, warte mal. Ich dachte, ihr wart ganz weit vorne. Ja, wir haben... Hey! Wir haben's voll verkackt. Ach, leck mich doch am Arsch. Hey, Tobi, was machst du denn? Du musst Gefühle entwickeln, Tobi. Zeig Gefühle. Komm, komm, komm. Du musst an die Träume glauben, Tobi. Tobi, Handherz. Ja, Erik, weiß was... Hey, Curry und Tobi haben beide Herzen als Trailer und sind beide rot. Was ist denn hier los? He's at the bar. Keine Ahnung. And bring him to the elevator. Oh, guck mal, hier ist ne Bar. Hey, was ist denn jetzt los? Ab in den Aufzug. Wow. Was? Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Oh, scheiße. Was, müssen wir nochmal zurück, oder was? Ah, das ist ein Aufzug. Geil. Wo hast du hingeschlagen, Erik? Ich hab einfach draufgeschlagen. Was? Ach, da oben ist ne Plattform, Mann. Alter, da musst du halt... Der Ball fährt da oben hoch. Boah, ich will auch... Tobi, warte, ich fahr mit. Du bist so neidisch, ich will auch. Ich fahr mit, ich fahr mit, Tobi. Los. Warte auf mich. Tobi, warte auf mich, bitte. Bitte. Juhu. Alter, wie geil ist das denn? Ähm, ich... Wo, wo? Hallo. Ich möchte bitte alle Maps von den Typen spielen. Ach, du Scheiße. Ja, fantastisch, dann. Alter, wie geil, die Tür geht auf. Was ist jetzt los? Wo müssen wir denn hin? Hä, wieso bin ich jetzt ganz... Maaann. Hallo. Maaann. Yay. Ach, das ist doch echt ein Witz. Hey, Tobi, bleibst du mal bitte ruhig. Ne, das ist ein Witz. Mann, Tobi. Ne, ich hab das gerade gesehen. Alter, was soll denn? Ihr Schoasso. Ja. Hä? Was war das denn? Erik, bitte. Hä, wenn ich auf der Hand drücke, dann bietet mein Golfball. Du musst Gefühle entwickeln. Ja, warte. Warte, darf ich auch mal machen. Du musst an den Inception glauben. Hey! Ja! Nein! 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 Manchmal... Oh, mein großer! Oh, das ist so lustig. Entschuldigung. Boah. Aber die rechte Maustaste ist doch nur der Reset. Oh, scheiße. Oh, Alter! Zeit abgelaufen. Dankeschön, du Ars! Alter, hast du... Hast du R gedrückt? Ja! Ich... Kenne die Steuerung doch nicht, Mann. Scheiße! Wenn du meinen Ehren drückst, dann blinkt der Ball. Du bist echt kein... Ich sag nicht mehr hasse. Ich sag jetzt nur noch Erich, weil ich echt zu sauer bin. Du kannst mich mal... Sag einfach Arschloch. Du Arschloch, echt? Was soll das? Du weißt, dass ich... Wie hab ich das heute nochmal gesagt? Ich glaube Menschen, denen ich vertraue. Äh, ne, warte mal. Ja doch, ich glaube den Menschen, denen ich vertraue, immer alles. Jawoll. Okay, aber komm, es war sehr lustig. Das war damals bei GTA auch nicht lustig. Aber man muss dazu sagen, Pan führt. Oh mein Gott. Boah, wenn man auf Y drückt, kann man schießen. Beim U-Boot, weißt du, da hätte man schon sehen können, dass wir in der gleichen Wohnung wohnen. Und ich hab auch gleichzeitig auf Y... So, echt? Äh, Pan? Ja? Küsschen! Ach, geh weg, ey. Ich bin immer noch... Ey, gut gemacht, Tori. Gute Leistung. Halt's Maul. Maja wär stolz auf dich. Scheiße. Scheiße. Oh. Wop, 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 wop. Hau! Geil, Tobi. Geiler Typ, Alter. Nein! Ich kann nicht wahr! Der Mann, der... Der macht hier alles scheiße bei mir, ey. Der manipuliert meinen Sieg. Hi! Geil, Tobi. Geil, gut gemacht, Tobi. Geiler Typ. Weil du verficktes Glück hattest. Boah! Das ist nicht an deinem Kack auf den Tobi. Boah, geil, Tobi. Boah! Boah! Ja, ist doch nicht wahr! Doch! Doch! Der Tobi. Nein, das kann doch nicht so wahr! Das ist doch nicht wahr! Helft dir! Danke! Ich glaube, Topis Ball ist auf Standbeinen, Alter. Oh! Das kann doch nicht sein, Alter! Geil, Tobi! Das kann doch nicht... Ohhhh! Der kann doch nicht so wahr! Der kann doch nicht so wahr! Und der Curry hängt die ganze Zeit im Loch und lacht sich eins, weißt du? Weil er einmal Glück hatte. Ich meine, ich polier meine Gegner zumindest nicht. Das ist doch nicht wahr, Alter. Tobi, du kannst es schaffen. Komm, ein Schlag noch, komm. Warte, warte. Hä? Tobi, komm. Oh, Zeit ist um. Ja, leck mich doch. We need to go. Scheißspiel gefällt mir nicht. Drecksmap, Alter. Hä? Warte! Ah! Was ist hier los? Ah! Tobi, wir fanden Ski, wir fanden Ski! Wuh! 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 Oh, wie cool! Ey, warum rollt ihr denn da durch? Achso, doch nicht. Sehr kreativ. Looping! Juhu! Alter, wie geil! Hallo? Hallo? Darf ich? Cool. Ups. Was? Jetzt bin ich auf Eis! Ich werde mir den Sieg wiederholen. Wie soll ich denn da richtig schlagen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh, oh, nein! Oh, das ist Eis, Leute, passt auf! Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich komme durch diesen Looping. Ja, das wird schwierig. Soll ich dich begleiten? Guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht. So. Ja. Oh Mann, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich die wegschlage oder so. Du bist doch scheiße! So, Kari! Direkt daneben, bitte! Bitte, bitte! Warte, ich warte noch auf jemanden. Oh, oh! Oh, oh! Ei, ei! Tobi vorsichtig! Will der denn schon wieder von mir? Tobi, komm mal! Komm mal rum hier! Tobi! Tobi! Tobi, komm mal rum! Ich habe auf episch, Mann! Ja, ich habe auf episch, aber ich habe auf... Ach, das ist Eis! Ich dachte, das war Wasser, Mann! Was? Was? Hä? Oh, Leute! Ah! Nein! Nein! Stopp! Ciao, Kari! Ciao, Adelan! Oh nein! Ah, da wieder Tobi! Hey, was soll das? Ja, Kari ist aggro! Hey, ich wollte gerade einfach auf die... Ich wollte auf die Richtung schlagen! Tobi hat mir auf Steam geschrieben, dass ich das machen soll. Ja, wie? Natürlich, Kari! Mega Glaubwürdigkeit! Nein! Hey! Hä? Wieso fliegen da da auch Leute vorbei? Das bin immer ich! Scheiße! Ei, ei, muchacho! Ei, ei, oh! Toll! Ei, ei, oh! Wow! Ei, oh! Let's go! Ohhhh! Oh Gott! It's a trap! Achso, schon wieder nächste Map! Ich wollte was trinken! We must help him! Ah, Hilfe! Boah! Äh! Oh, 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 oh! Alter, das gibt's doch nicht! Ciao, Habibi! Oh Gott! Was ist da Feuer? Wieso ist da Feuer? Scheibe! Ernsthaft! Ernsthaft! Das ist ja wohl die... Was war das denn gerade? Hä? Ich wollte das richtig ausholen, aber pipp! Einfach nur! Das ist ja wohl die beschissenste Position, die man haben kann! Ach, leckt mich doch! Ui! So! Nein! Wo bin ich denn jetzt gerade? Hä? Pan! Mit voller Kraft, komm! Ja! Glaub an Leo! Eins, zwei, drei! Ja! Wo bin ich? Nein, ich roll wieder runter! Oh! Alter, Pan ist halt so scheiße! Die rollt halt nicht... Wieso? Was? Die rollt nicht wieder runter! Das ist voll unfair! Ich roll schon wieder runter! Ne, doch nicht! Ja komm, ich bin raus! Ciao! Hallo! Komm rein da jetzt! Ah! Ich... Was ist... Was ist denn hier? Hä? Ich weiß gar nicht, was hier was ist! Ja, ja! Lass dich einfach treiben! Oh Mann! Ist doch... Ah! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Was ist das alles hier? Hä? Du musst... Es geht dann eh irgendwann von ganz alleine! Ich bin drin! Warte mal her! Kannst du nicht mal... Hui! Neiinn! Nein! Nein! Erich, soll ich dich runter schlagen? Nein, bitte nicht! So! Und hier habe ich jetzt grad so viel Schägel verbraucht! Auiii! Aiiiiiih! Sehr gute Leistung, Curry! Der Curry ist sehr vorsichtig! Er nährt sich vorsichtig den Loch! Aaah! Hui! Es passt! ja ich glaube schon wie geil die scheibe oder was nee hey wo bin ich was wo bist du ziel scheibe schießen du musst auf die kanone einfach steuern das ist alles nur ein traum das ist gar nicht real oder vielleicht doch was ist denn hier der traum vielleicht sind wir nur der traum und golf ist nicht real life kommt hier noch vorbei ist doch jemand unten was warum warum plan warum was was jemand anschauen nee du wolltest da jemanden runterschlagen doch doch gesehen hast du mir aufs team geschrieben waren du kannst hüpfen ganz springen genau mit er ja der ist gut wow 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 alle klar was für eine leistung was für eine leistung looping wow haha doppel looping was 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 ist das da wie soll man da jetzt hoch kommen oh so da wird mich weggebobt gerade wow ja curry nein das ist irgendwie gar nicht gut was ich hier gerade hä und wieso fliege ich immer weg ich weiß es nicht ja ein unseen force ich weiß nicht was hier real ist mann wie soll ich denn da hoch kommen ach man wird hier mal angehalten ich bin ich schon oben weißt du hey bin ich gar nicht auf der weg ja gut jeden abend du hast noch ja gut jeden abend wo bin ich denn oh nein ich bin immer ich bin immer da unten hey tobi einfach voll hart dagegen genau so aber jetzt ist doch hier ein problem oder bam ja geil da muss ich hier muss ich halt drüber springen oder nicht nein du musst noch mal da hoch ja aber hier ist doch so ein rückwärtspfeil deswegen ganz hart der hält dich einfach alles klar tobi tschau tobi hoch was hä wie schnell warst du jetzt wieder da tobi ja ne hä hallo pan ja moment achso da pan ich kann das spiel nicht mehr steuern was jetzt jetzt habe ich es wieder hä du bist gefangen in einer inception wolke das ist normal richtig auf den fisch weg jetzt ne hä was pan du musst hart schlagen hart nicht richtig hart links gegen die wand quasi jawoll oh oh ihr könnt nicht mal mit dem hart schlagen keine halben sachen die frau das war aber nicht mal ein witz das war wirklich ernst gemeint so wie bret hart damals pan ernsthaft ernsthaft hat hat ich hab kein bot mehr das geht nicht das kann ja kompan so warm hier gerade fast was ach schade nein der kann nicht wie der erste oh oh warte tschuldigung hä hä was ist jetzt los alter guck mal da fallen die türme um das ist das ende des films ich kann mich genau erinnern wieso wieso schlägt der nicht fest zu warum macht der manchmal so ne lulli schläge hey tobi oh man das war nicht gut boh wie geil tschüss dankeschön tobi wo krieg ich denn hin was ist das denn das ist our own house du hast mir einen schlag gespart but she is in the tower nein ab in den tower leute kommt ab in den tower our house in the middle of the street our house she should be upstairs abs du ahhh abs du abs du let's take the elevator yeah man wir dürfen wieder mit dem aufzug fahren geil komm schnell aber wo ist der im tower genau da hallo jo bist du auch im elevator ja sicher wir seh dich gar nicht außerdem fall ich gleich rau ich fall gleich raus man kann voll viel sehen oh die tür geht auf Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott! Da ist das! Da ist das Ziel! Der Safe! Nein! Da ist der Greifelmann! Wow! Hä, wo bin ich denn so? Hä, wo bin ich? Du hast mich irgendwie getroffen, glaub ich. Bitte Reset, danke. Ich weiß es nicht. Muss man da rein? Ich glaub's dann. Ja, nein, echt die ganzen Möglichkeiten, die man hier hat, nur 25 Sekunden, komplett ausgenutzt. Krass. Ah, okay. Das Einzige, nur die Rundenlänge reicht hier, glaub ich, nicht, oder? Nicht so ganz. So zwei Minuten sind zu wenig, glaub ich, bei den Maps. Ja gut, das wusste ich halt vorher leider nicht. Boah, das Auto fällt runter, oh mein Gott! Was? Hä? Oh, ach so. Was? Aua! Tobi, Mann! Du hast mir voll wehgetan. Nein, Mann, Mann! Scheiß, das war so knapp! Alles klar, Tobi. Hey, was ist das denn, Alter? Hey, was ist hier los, Alter? Tobi hat gefurzt! Hä? Huch! Wo sind wir denn jetzt? Boah, okay, das ist ja super hart. Was? Oh, okay. Oh Mann, ich komm da nicht mal rein! Was zum Teufel passiert hier? Äh... Oh mein Gott! Oh, scheiße, fuck! Oh mein Gott! Oh, Mist. Hey, was ist das denn? Was zum Teufel passiert hier? Tobi, bitte rette mich! Aua! Was bist du, Alter? Ich will's aufwissen! Ihr Angeber! Scheiße, wie komm ich denn jetzt hin? Wow! Wo sind meine Kollegen? Ich weiß es nicht! Ich sehe Curry ganz weit weg. Genau. Genau, das ist gut. Und die Pan ist hier grad... In der Dusche. Äh? Hey Pan! What? Hey, was ist das? Fuck! Time! What? Wieso bist du plötzlich oben? Time! Oh Gott! Time! Time is running out! Schnell weg hier! Schnell, ab ins Loch! Es wird Zeit! Oh, puh! Es wird Zeit, Freunde! Oh mein Gott! Es wär so schön gewesen! Es wär so schön gewesen! Jawoll! Wir haben's fast geschafft! Der Auftrag ist fast beendet, Leute! Fast! Alter! Alter! So, wir haben our time together! Das ist so episch, Erik! Bitte mach weit! Hä? Müssen wir hier nicht hin? Hä? Ich weiß es nicht. Oder müssen... Okay. Alles klar. Was? Oh mein Gott! Was? Hä? Hey Tobi, willst du mich verarschen? Du schaffst doch wieder durch die kleine Lücke, man! Halt deinen Maul! Halt doch selber deinen Maul! Was ist denn jetzt hier los? Ich versteh nicht, was hier los ist! Hey, Pan! Pan ist schon wieder im Loch drin! Gott! Ich bin hier irgendwo! Da geht hier alles schon alleine! Ja, das ist voll falsch, man! Du cheatest wieder! Wo bin ich denn jetzt? Ich bin im Fahrstuhl irgendwie! Ja, aber mir bist... Vielleicht auch in zwei Fahrstühlen! In drei, vier irgendwie! Du bist parallel in drei, vier Fahrstühlen? Oh! Er hatte das Ding gemacht von Inception! Das Drehding ist hier! Ach, wir sind wieder hier! Oh, scheiße! Ich muss resetten! Wow! Was musst du resetten? Was? Wo bin ich denn? Ich war wieder in einem anderen Fahrstuhl... Ja, ist egal! Ich war falsch! Ich bin ein paar runter irgendwo! Dankeschön, Phil Kill! Das ist doch eine wunderbare Match! Was? Aber... Müssen wir den Zaun runter, oder was? Ja, du musst da drüber springen! Da ist ein Ding jetzt... Wow! Ja, ich seh schon! Ich seh schon! Ich bin in den Laster gefallen! Wow! Oh Gott, it's a trap! We must help him! Achso, das ist eine andere Map gerade! Okay, krass! Krass! Alter! Ich weiß nicht, was hier gerade passiert! Ich hab keine Ahnung! Ich bin jetzt im anderen Fahrstuhl... Hoppala! Alter, wie geil! Hä? Wo bin ich hier? Hä? Was ist denn hier? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist! Nein! Hier unter den Credits seh ich noch was grünes! Hallo! Ich glaub, unter den Credits ist noch... Hier, ich hab... Ja, warte, warte, es kommt jetzt hochgefahren, Pan! Ähm... Glaube ich! Ich hab Paar! Also, ich bin durch! Ich bin jetzt einfach hier so rumge...dingenst! Alter, was für eine geile Map, man! Ich kann dort nichts machen! Ich hab hier voll Automatik gerade! Tobi, wir haben gerade... Ich bin übers Portal gehüpft! Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Automatik hatte ich gerade auch! Tobi, wir haben gerade Inception gekupft! Während der Automatik übers Portal gehüpft und bin jetzt wieder ganz am Anfang, oder wat? Ja, geil! Oh, leck mich doch am Arsch! Pan hat gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! Ja! Krass! Oh, geil! Puh! Pan hat Inception durchgespielt! Ja, krass! Juchu! Was ist da los? Ich muss euch ganz gut sagen, bitte seid nicht neidisch! Ich habe gerade einen Hut freigespielt, den Skull! Hä? Hä? Oh! Ich weiß nicht, was hier los ist! Ich hab ein Zylinder gekriegt! Ja, schön für dich, Tobi! Ganz komische Sachen passieren, ja, ganz komische Sachen! Ja, direkt noch nicht nett, oder? Ich hätte das Ende gerne gesehen, mit den Credits, das hätte ich gerne gesehen! Aber bei mir ist einfach in dieser Automatik über das Portal gesprungen! Oh! Du kannst ja bei mir mal einen Channel gucken, wenn du willst! Also, das war sowieso der Wahnsinn, dieses Ende! Hey, eigentlich scheiße hab ich die Abonniert! So geil! Endlicher Skull! Das ist ja cool! Meine persönlichen Farb- und Megabyte-Berechnungen sagen mir, dass wir an der Zeit sind, diese Folge zu beenden! Tobi, bist du komplett fertig? Bist du komplett fertig? Oh, 10 Gigabyte, dann haben wir bestimmt schon 35 Minuten auf ungefähr! Ich wusste gar nicht, dass Inception so kurz ist eigentlich, aber gut! Ja, aber das hab ich mir bei deinem Penis auch gedacht! Da gibt's aber auch einen geilen Plot-Twist! Ein Plotter-Twist, Alter! Ja, dann wird der auch zum Kreisel! Machen wir die nächste Folge! Mit einer anderen coolen Map, der Curry hat die rausgesucht als Curry! Danke, die Map war echt geil! Ja, hey! Ich bin so geil! Bis zum nächsten Folge! Danke fürs Zuschauen! Ich muss mal Fenster auf! Hier ist echt warm grad drin! Was für ne tolle Map! Was für ne tolle Map! Beeindruckend! Sehr beeindruckend! Punkt! Käun! Auf Wiedersehen! Nagelаватьdubster! 文 Vielen Dank.